Ihr wisst nicht, was euch erwartet! Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem unerwarteten, aber sehr, sehr schönen Video von mir auf meinem Kanal. Leute, The Burning Crusade Classic wird kommen! Wir haben heute endlich quasi den allerersten offiziellen Leak. Und zwar, wir gehen direkt mal rein in die ganze Geschichte hier. Und zwar gab es hier einen Leak von der BlizzCon, also von dem Event, das morgen starten wird, von der BlizzCon-Line, vom offiziellen Press-Kit von Blizzard, wo quasi heraus hervorgeht, dass quasi Burning Crusade tatsächlich kommen wird. Wir gehen gleich nochmal in die Einzelheiten so ein bisschen rein. Ich möchte an der Stelle aber einfach schon mal sagen, dass ich mich einfach persönlich megamäßig auf Burning Crusade freue. Viele von euch wissen das, dass ich mich schon seit dem Classic-Launch eigentlich nach Burning Crusade sehne. Von mir aus hätte es auch direkt mit Burning Crusade losgehen können. Ich finde, Burning Crusade ist einfach das nächste Level in WoW. Das bringt so viele wichtige Features, die Arena, 25-Mann-Rate-Content, keine World Buffs mehr und so weiter. Ich bin unglaublich gehypt auf Burning Crusade und freue mich da megamäßig drauf. Wir werden mit einer richtig entspannten Gilde da reingehen. Ich werde sehr viel Arena spielen mit Mosen, von daher, wenn ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, dann macht das auf jeden Fall mal. Ich blende hier unten mal meinen Kanal ein und wir werden morgen Abend ab 19 Uhr auf Twitch live sein. Und wir werden quasi so einen richtig geilen Burning Crusade-Hype-Stream haben und ab 11 Uhr wird dann quasi die BlizzCon losgehen. Und da die ganze Geschichte in diesem Jahr völlig kostenfrei ist, dürfen wir quasi auch fast jeden Content eigentlich auf Twitch einfach übertragen. Von daher wird es morgen so ein richtig geiler BlizzCon-Burning Crusade-Stream, wo wir quasi ab 11 Uhr dann in die BlizzCon reingehen und dann so ab 10 nach 12 ungefähr sollen dann die offizielle Ankündigung anscheinend kommen. Dann kommt quasi der Bereich, wo über WoW geredet wird und dann wird wahrscheinlich Burning Crusade angekündigt. Und genau, ich bin unfassbar hyped, Leute. Also wirklich, ich freue mich einfach nur unglaublich. Es ist so cool irgendwie. Ich habe noch nie in Burning Crusade geradet irgendwie. Ich habe damals immer nur Arena gespielt, von daher, ich freue mich einfach nur unglaublich. Und ich bin wirklich sehr froh und ihr wisst Bescheid, wenn Burning Crusade nicht gekommen wäre, dann hätte ich nicht wirklich gewusst, was ich auf Twitch und auf YouTube in den nächsten Monaten hätte machen sollen. Von daher, ich freue mich einfach unglaublich und bedanke mich an der Stelle auch nochmal wirklich für jeden, der mich immer noch supportet, der subscribt auf Twitch. Ihr habt ja hier auf YouTube regelmäßig die Videos kommentiert, die ich mir immer alle auch durchlese, eure Kommentare und ja, auf eine geile Zeit in Burning Crusade. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns nochmal ein bisschen die Feinheiten von dem Leak an. So, es wird hier gesagt, es gibt kein Datum in dem Leak. Dementsprechend wäre das nochmal ein sehr spannender Punkt für morgen Abend, ob quasi wirklich schon ein Datum für den Release von Burning Crusade kommt. Und ich hoffe es einfach wirklich, weil ich auch einfach vermute, dass dieser Leak hier wahrscheinlich mit Absicht geleakt wurde, damit einfach alle noch mehr hyped sind für morgen. Und ich vermute, dass auf jeden Fall morgen ein Datum kommen wird. WoW Burning Crusade wird auch wieder in Phasen released werden, was ich auch sehr gut finde. Womit ich allerdings aber auch gerechnet habe. Es war einfach eine Geschichte, die in WoW Classic schon sehr gut funktioniert hat. Von daher wird Burning Crusade hier auch in Phasen kommen. Dann wird hier noch gesagt, dass quasi WoW Classic Spieler, also wir alle, die Community, uns entscheiden können, ob wir mit unserem Charakter in Burning Crusade weitermachen können oder, ja, auf neuen Classic-Era-Servern weitermachen können. Ist so ein bisschen vage formuliert, ne? Lässt immer noch so ein bisschen Spielraum offen für Interpretationen. Muss man mal gucken und wirklich, wie hier vermutet Classic Fresh kommen wird oder irgendwelche Server, wo man seine Charts abspeichern kann. Das, ja, da bin ich mal gespannt drauf, inwiefern wir da auch wirklich detailliert Infos morgen zu bekommen werden. Ja, dann kommt hier noch so ein bisschen Lore-Text irgendwie von wegen, dass Burning Crusade offiziell im Januar 2007 released wurde und das Dunkle Portal sich dann öffnet, bla bla bla, die Burning Legion kommt. Und, ja, dass einfach Blizzard jetzt 2021 den Leuten nochmal die Chance geben möchte, die Outlands quasi nochmal zu erleben. Und, ja, wie gesagt, man kann hier wieder die Weiten der Höllenfeuerhalbinsel erkunden oder die Tiefen von Sangamarschen und so weiter. Und einfach so ein bisschen, ja, wird vage beschrieben, worauf wir uns quasi freuen können einfach. Könnt ihr euch alles natürlich auch nochmal im Detail durchlesen. Ich werde die ganze Mitteilung natürlich auch in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Dann kann man natürlich hier auch Trainer- oder Blutelfen spielen. Dann, ja, werden quasi verschiedene Phasen wiederkommen. Black Temple wird natürlich eröffnet irgendwann, Solaman wird irgendwann kommen und irgendwann quasi der letzte Raid mit Sunwell. Ja, dann auch hier ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass Burning Crusade Features quasi erneuert werden oder halt wiederkommen. Das Arena-Pvp-System kommt quasi wieder, womit wir aber auch alle eigentlich gerechnet haben, denke ich mal. Wo sich natürlich auch die PvP-Spieler sehr drauf freuen. Da wird eine spannende Frage sein, ob wirklich ein Armory kommen wird. Das wäre schon ein bisschen bitter, wenn kein Armory kommen würde. Also ohne Armory, Arena, ohne Ranking-System irgendwie. Aber gut, mal gucken. Flugmods natürlich und die Aldor und Skryer in Shadrat und so weiter. Ob natürlich auch. Dann, auch nochmal spannend, hier wird quasi gesagt, dass bevor Burning Crusade geöffnet wird, können sich die WoW-Classic-Spieler entscheiden, ob wir quasi in Burning Crusade weitergehen mit dem Rest vom Realm oder ob wir auf Original-New-Classic-Error-Servers irgendwie verweilen oder dahin gehen oder wie auch immer. Also hier wird nochmal spannend, wie sie das genau lösen werden. Da weiß ich auch noch nicht genau, ob das wirklich hier morgen schon auf der Blitzkong bekannt gegeben wird. Das könnte auch ein Punkt sein, womit sie vielleicht noch ein wenig warten mit der Ankündigung. Aber wichtiger Punkt natürlich, wie es für die Leute weitergeht, die in Classic bleiben wollen. Ja, und der letzte Punkt, der aber auch relativ erwartbar war. Man kann auch natürlich hier Burning Crusade Classic einfach spielen, wenn man eben ein normales WoW-Abo hat. Und dann kommt hier noch so ein geiles Illidan-Wallpaper. Ja, Leute, das waren die News, der Leak für morgen. Wie gesagt, ich bin unglaublich aufgeregt auf die Blitzkong. Ich freue mich unglaublich und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns morgen ab 19 Uhr auf Twitch sehen bei mir, Leute. Wir werden einen richtig geilen Abend haben, schön PvP machen und dann ab 11 Uhr in die Blitzkong reingehen, Leute. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung wie immer unter das Video. Und ich lese mir natürlich jeden Kommentar durch. In dem Sinne, bis morgen Abend. Blitzkong-Hype. Ciao. !